Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Aber bald werden Berliner Promi-Hotspots wie das Borchardt oder das Grillroyal wieder zum Wohnzimmer der Stars und Sternchen. Zehn Tage lang wird die Berlinale ein einziges Klassentreffen, der Schauspieler, Regisseure, Produzenten und natürlich auch der Filmfans aus aller Welt werden. Schauspieler Armin Rohde freut sich schon auf das gesellige Beisammensein mit den Kollegen. Dann wird wieder nur im Taxi geschlafen, weil Berlinale ist, sagt Rohde. Die Filmfestspiele seien der Karneval der Schauspieler, da ist richtig was los in der Stadt, findet der 58-Jährige. Auch die Kumpels George Clooney und Matt Damon können zusammen feiern. Die Superstars werden am Wochenende für Kreisch-Alarm sorgen, wenn sie im Friedrichstadt-Palast Clooneys Kunst-Thriller Monuments Men ungewöhnliche Helden präsentieren. Vielleicht kann man die beiden danach noch bei einem Steak treffen, denn das ist das Schöne an der Berlinale im Vergleich zu anderen Festivals. Die Fans dürfen fast überall mitfeiern, sofern sie eine der begehrten Karten ergattert haben.